Hallo People, willkommen zurück zu einem neuen Video auf eurem Cloud Gaming Kanal, Budevoll People. Heute soll es um die Rettung eurer Spiel- und Speicherstände bei Google Stadia gehen. Einige Publisher, Entwickler oder Spiele selber haben etwas verlautbaren lassen, wie ihr euren Speicherstand retten könnt. Ich zeige euch das mal jetzt. Einige haben leider auch schlechte Nachrichten und dann habe ich auch noch etwas zu den exklusiven Stadia Spielen, welche es ja gab bzw. Stand jetzt eigentlich ja korrekterweise auch immer noch gibt. Aber die große Frage ist, was passiert mit den Spielen in Zukunft? All das kommt jetzt in dem Video. Beginnen werde ich mit einem Grundszenario zu Google Takeout. Wenn euch das nichts sagt, ihr benötigt definitiv eure Speicherstände aus Google Takeout. Aber nach dem Intro zeige ich euch das alles in Ruhe. Schön, dass ihr da seid. Beginnen wir also, wie besprochen, direkt mal mit Google Takeout. Und keine Angst, in der Videobeschreibung findet ihr natürlich alle Links zu den Diensten und zu den Quellen, die ich euch hier benenne. Also unter takeout.google.com kommt ihr hier in euer Google Konto, Google Datenexport auf Deutsch. Ihr müsst natürlich eingeloggt sein mit dem Konto, mit dem ihr das auch machen wollt. So und ganz als allererstes müsst ihr einmal hier die Auswahl aufheben und dann scrollt ihr weit runter. Ganz weit runter. Ganz weit runter, denn je nachdem wie verschachtelt ihr im Google Universum seid, habt ihr eventuell eine ganze Menge Dienste schon genutzt oder auch nicht genutzt. Hier, stopp, stopp, stopp. Hier ist Dedia. Da machen wir den Haken dran. Mehrere Formate ist völlig egal, das lassen wir alles so. Und dann scrollen wir bitte bis ganz ans Ende und sagen einmal, nächster Schritt. In diesem nächsten Schritt möchten wir den Download-Link per E-Mail zugesandt bekommen. Jawohl, man könnte optional das Ganze auch zu Drive hinzufügen, zu Dropbox, Run Drive oder zu Box. Ich möchte diesen Link bitte per E-Mail haben. Das ist so okay. Ja, ich möchte das nur einmal machen und zwar jetzt, genau in diesem Moment. Ihr könntet aber auch theoretisch, wenn ihr all eure Google Daten sichern wollt, das immer wieder, zum Beispiel alle zwei Monate machen. Kein Problem. Dateityp bleibt bitte ZIP, Dateigröße ebenfalls zwei Gigabyte. Falls ihr euch fragt, was das ist, aller zwei Gigabyte würde er eine neue Datei, eine neue ZIP-Datei erstellen. Nur darum geht es hier. So, und dann wollen wir einmal den Export erstellen. Jawohl. Und genau so sah das auch bei mir aus, als ich das so beim Hauptkonto gemacht habe. Dieser Vorgang kann Stunden oder Tage dauern, halt je nachdem, wie viel ihr habt und wie viel ihr angeklickt habt. Bei meinem Hauptkonto hat das Ganze eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich auch meine Links bekommen. Ich blende euch die hier mal ein. Und dann ladet ihr euch die im Grunde einfach nur runter. Und was ihr dann danach mit denen macht, das zeige ich euch jetzt bei einigen der Spiele. Eure Google Takeout Daten benötigt ihr zum Beispiel, wenn ihr Cyberpunk 2077 auf einer anderen Plattform kaufen wollt und dann auch spielen wollt. Beispielsweise halt, um euren Fortschritt mitzunehmen. Und hier bezieht man sich ganz klar auf die Methode via Google Takeout. Und es wird euch auch nochmal erklärt, genau derselbe Vorgang, wie ich den jetzt schon gemacht habe. Wie geht es dann weiter? Ja, ihr müsst das Spiel natürlich dann irgendwo auch mal kaufen und auch zum Beispiel downloaden. Das geht leider nicht anders. Und dann auch in die abgespeicherten Daten reingehen. Und hier wird euch dann komplett erklärt, wo ihr welche Spieldateien genau hinspeichert. Wenn ihr das noch im Detail nochmal genau überprüfen wollt, Tiki Boink hat ein schönes Video dazu gemacht. Und er steht auch gern mit Rat und Tat zu allerhand Google Takeout Sessions zur Verfügung. Stimmt's, Tiki? Ubisoft dagegen fährt eine ganz andere Schiene. Und zwar hat man angekündigt via Twitter, dass man daran arbeitet, die Spiele, die man bei Stadia bereits besitzt von Ubisoft, über Ubisoft Connect auch auf PC zu bekommen. Das heißt, irgendwo steckt Ubisoft Connect da in der Mitte. Eure Lizenz wird einfach einmal übertragen als PC-Lizenz. Und dann könntet ihr das theoretisch dann, wenn das Spiel verfügbar ist, auch via G4Snow zocken. Neuigkeiten dazu gibt es seit dem 30. September nicht. Falls da neue Infos kommen, werde ich euch natürlich nochmal abgeben. Auch was mit den Ubisoft Plus, ähm, Subscriber, Abonnenten, mit den Abonnenten passiert, steht aktuell noch nicht fest. Dazu gibt es später noch weitere Infos. Bungie, die Macher hinter Destiny 2, überlegen derzeit, wie können sie weiter vorgehen, um den Spielern bei Stadia in Zukunft Destiny 2 auch auf anderen Plattformen zu ermöglichen. Noch gibt es leider davon keine Infos oder einen Plan, aber es ist gut zu wissen, dass man definitiv daran arbeitet. Vergesst nicht, Destiny 2 war der Launch-Titel auf Google Stadia und war sofort im Pro-Abo mit dabei. Alle Founders haben diesen gleich spielen können. Und irgendwann ist er dann auch komplett Play-to-Free. Free-to-Play gekommen. Für alle Spieler von The Elder Scrolls Online gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Denn wie die Macher von The Elder Scrolls Online Bethesda mitteilen, ist es so, dass alle Stadia-Spieler in der Zukunft ihre ESO-Content übertragen können. Und zwar zu PC. Das heißt, der gesamte Fortschritt inklusive natürlich ihren Charakter, die gekäuften Inhalte, die Errungenschaften und Herausforderungen, die man bisher freigeschaltet hat. Und natürlich das ganze Inventar werden am Ende auch übertragen. So, und weil das Ganze sowieso schon mit den PC-Surfern synchronisiert wurde, sind auch in Zukunft Freunde und gelten weiterhin verfügbar. Also, das hört sich doch richtig gut an. Ebenfalls via Google Takeout hat Giant Software, die Macher des Landwirtschaftssimulators 22, bekannt gegeben, dass der Spielfortschritt übertragen werden kann. Nachdem ihr einmal eure Daten via Google Takeout rausgeholt habt, wird ganz genau erklärt, was ihr wohin kopieren müsst. Zum Beispiel halt, um euer Savegame genau rauszuholen. Was ihr dann mit dem ZEPT-Datei davon macht, wo ihr den wieder reinkopieren müsst und was ihr sonst noch anpassen müsst. Das Ganze ist nicht so easy. Geht also wirklich die einzelnen Schritte mal durch. Und auch hier steht euch die Community bei Cloudplay beispielsweise zur Verfügung. Bei größeren Fragen auch per Twitter einfach mal den Lisa Tan antexten. Der steht euch da bestimmt auch gerne mit Hilfe parat. Leider gibt es für Outriders anscheinend keinen zukünftigen Spielspaß für ehemaliges Stadia-Besitzer, weil Cross-Progression irgendwie nicht so dabei ist. Also Cross-Plattform-Progression, so wie es hier in der E-Mail schreibt, vom People-Can-Fly-Team. Das heißt, Stand jetzt Mitte Oktober 2022 ist es tatsächlich so, dass Käufer von Outriders und Zocker von Outriders ihren Spielvortritt nicht mitnehmen können. Schade. Eine gute Nachricht gibt es dagegen von IO Interactive. Die dänischen Entwickler der Hitman-Saga haben eine gute Nachricht für Google Stadia-Spieler, denn man schaut wirklich rein und versucht es zu ermöglichen, dass alle Spieler weiterspielen können. Und da rede ich ja nicht nur von Hitman 3. Vergesst bitte auch nicht, dass Hitman 2 und Hitman 1 ebenfalls via Google Stadia verfügbar waren und echt tolle Spiele sind. Also, sobald es da Neuigkeiten gibt, werde ich natürlich euch wieder Bescheid geben. Anders als Ubisoft, Bungie oder gerade gesehen, IO Interactive will aber Touquet so richtig nicht mitziehen in der ganzen Sache und redet sich da ein bisschen raus in einer Stellungnahme, weil die gespeicherten Spielstände und auch der Spielvorschritt selber stehen nicht für andere Plattformen zur Verfügung und können da auch nicht überfragen werden. Das ist der aktuelle Stand. Ja, I appreciate your understanding, sorry. Nein, da kann ich nichts verstehen, weil wenn es andere schaffen, warum ihr dann nicht? Ach ja, stimmt. Ihr habt Glücksspielen in euren Spielen. Die tollen und lieben Menschen von Broken Arms Games, die stehen hinter dem Spiel 100 Days, Winemaking Simulator, waren ja auch schon bei Cloudplay zu Gast und haben eine ausführliche Google Doc Anleitung bereitgestellt, wie man seinen Spielfortschritt und die Spielstände übertragen kann. Und natürlich läuft das auch wieder über Google Checkout und anschließend wird euch genau Schritt für Schritt aufgelistet, wo ihr damit hingeht, um das Ganze zum Beispiel zu Steam zu übertragen. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Dead by Daylight ist nicht nur eins der immer noch meistgespielten Spiele bei Steam, sondern hatte auch eine treue Fanschaft bei Google Stadia. Und ganz, ganz ehrlich, es wäre sehr, sehr schade, wenn die Spielstunden und der Tiefminister einfach verlöten gehen würden. Und deswegen hat sich natürlich auch der Macher des Spiels Gedanken gemacht. So, erstmal sind Käufe mittlerweile im Shop natürlich gesperrt. Es geht nicht mehr. Aber habt ihr einmal eure Sells, diese Auric Sells, noch in Besitz, könnt ihr die gerne noch in Game ausgeben. Das ist jederzeit noch möglich. So, aber dann wird wirklich empfohlen, bitte die Konten zu verknüpfen. Und zwar euer Dead by Daylight-Backkonto bitte mit einem BHVR-Account, Behavioral, ich glaube so hieß das, ne? Ja, genau, Behavior. Konto einfach mal bitte synchronisieren und verlinken, weil dann könnt ihr später dann auch Cross-Progression wirklich aktivieren. Ich sage extra später, weil momentan ist es irgendwie nicht funktionstüchtig. Es soll einen Bug geben. Und ja, das Team ist dran und will wirklich ganz, ganz dringend diesen Bug lösen, damit Cross-Progression wieder funktioniert, bevor Stadia am 18. Januar die Lichter ausmacht. Und es wird da definitiv bald neue Informationen zu geben. Also, ich drücke die Daumen, dass das wirklich so klappt in der Zeit wie geplant. Eine leider nichts sagende Twitter-Meldung hat Larian Studios rausgehauen. Die Macher von Baldur's Gate 3. Das Spiel ist seit knapp zwei Jahren im Early Access via Google Stadia verfügbar. Und irgendwie schreibt man in dem Tweet nur, ja, dass Google halt seinen Dienst einstellt. Aber wenn die es richtig verstehen, dass Baldur's Gate 3 bis dahin noch spielbar ist. Was auch korrekt ist. Aber die Frage ist, Leute, was passiert mit eurem Spiel danach? Was passiert jetzt mit eurem Spiel? Kann man das irgendwo mit hinnehmen? Stand jetzt gibt es dazu keinerlei Informationen. Und ich wiederhole mich aber, wenn sich daran was ändert. Ich werde es euch mitteilen. Muses Games, die Macher von Amber, dem Firefighter-Game, haben eine richtig gute Nachricht für alle Besitzer des Amber-Spiels auf Stadia. Und sei es nur, weil ihr das Spiel in Stadia Pro mal mitgenommen habt. Weil ihr könnt einen kostenlosen Steam-Key für das Spiel bekommen, wenn ihr es so macht, wie hier auf dem Screenshot dargestellt. Ihr müsst nämlich einfach aus eurer Stadia-Bibliothek einen Screenshot kreieren, in dem deutlich ersichtbar ist, dass das Spiel Amber in eurer Bibliothek ist. Und gleichzeitig eure E-Mail-Adresse oben auch angezeigt wird. Das macht ihr, indem ihr einfach auf euer Stadia-Avatar geht. Schickt diesen Screenshot bitte einfach an feedback-at-muse-games.com und dann bekommt ihr den Steam-Key zugeschickt. Richtig, richtig nice, muss ich sagen. Chapeau. Vielen Dank an Muse Games. Das deutsche Entwicklerstudio Clockwork Origins war auch erst neulich bei Cloudplay der Talkshow zu Gast und hat jetzt in einem Blogpost bekannt gegeben, wie man denn weiter umgeht mit der Situation. Und nicht nur, dass Elemental War Teil 1 unmittelbar vor einem Release bei Stadia stand. Nein, das Spiel kommt jetzt natürlich leider nicht mehr. Aber wenn ihr Elemental War 2 und Tri-6 Infinite gespielt habt und ihr es euch für andere Plattformen nochmal neu kaufen wollt, ja, dann könnt ihr euren Fortschritt mitnehmen. Und zwar indem ihr einen Clockwork-Account erstellt und dann einfach diesen Fortschritt übertragt. Das einzigste ist wohl euren aktuellen Lauf in Elemental War 2, zwar Elemental War 2 verliert ja genauso wie eure Spieleinstellungen. Aber ansonsten, alles Item-Unlock-Quests werden synchronisiert, so dass ihr wirklich nicht von vorn anfangen müsst. Gute Nachrichten, gute Arbeit, die die Jungs da machen. Chapeau. The Kia Works hat Terrific News für Guild-Fans am Start. Und zwar, und zwar ist Guild ja wirklich eins der ganz, ganz tollen Exklusivspiele bei Google Stadia. Immer noch, jawohl, noch nicht gewesen. Ihr könnt es noch spielen, wenn ihr noch drin seid. Und wow, ich freue mich super drauf, dass Guild wirklich ab 2023 neu als Multi-Plattform-Spiel released wird. Muss man ja wirklich sagen, weil es momentan noch nicht für andere Dienste zur Verfügung steht. Ich habe das Spiel echt viel angespielt und lange gespielt, aber irgendwie nie zu Ende gebracht. Schade eigentlich. Ob ich das noch schaffe fürs Januar? Mal schauen. Pixel Junk Raiders ist ein Spiel, was auch in der Cloud-Lick-Community öfters mal gezockt wurde. Die Macher dahinter heißen Q-Games und haben jetzt angekündigt, dass sie in Möglichkeiten und Verhandlungen und so weiter. Sofort stehen, um das Spiel mit einem anderen Partner nochmal neu zu veröffentlichen. Wenn ihr also Kontakte zu Publishern habt, die Jungs wären sicherlich sehr, sehr froh darüber. Aber der Tweet ist auch schon vom 30. September. Also vielleicht hat sich seitdem schon etwas getan. Aktuell gibt es noch keine Neuigkeiten dazu. Ich gehe aber fest davon aus, dass das Spiel gerettet werden wird, weil es ist echt gut. Und jetzt habe ich leider noch eine ganz schlechte Nachricht von euch. Erinnert ihr euch an Outcasters? Outcasters, so ein tolles Spiel, was lange angehypt war für Stadia. Kam dann direkt ins Pro-Abo, wenn ich mich recht entsinne. Und war zum Schluss dann endlich auch Free-to-Play. Okay, vielleicht hätte man da Marketing-Technik von Anfang an die Free-to-Play-Schiene fahren müssen. Ich weiß es nicht. Aber leider, leider, leider wird es Outcasters nach dem 18. Januar 2023 nicht mehr geben. Und damit wird es mit Google Stadia sterben. Weil man begründet es so, die Leute bei Splash Damage, dass Outcasters wirklich so gestaltet und designt wurde, dass man die exklusiven Funktionen von Stadia, also zum Beispiel Crowdchoice, ihr konntet ja bestimmen, mit was man antritt. Und auch das Streaming-Feature, dass man damit exklusiv für Stadia gestartet ist und das auch wirklich so integriert ist. Und der Aufwand sich anscheinend momentan überhaupt nicht lohnt, das nochmal neu rauszubringen. Das Spiel hat immer einen super Eindruck gemacht. Vor allem die Charaktere waren super anpassbar. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn das Spiel auf einer anderen Plattform rausgekommen wäre, das hätte einen großen Erfolg. Schade. Ja, man Leute, auf der einen Seite hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen helfen mit diesen Tipps und Tricks und ich verlinke euch das alles auch noch. Aber ihr habt gesehen, das ist noch so viel im Fluss. Viele Entwickler, viele Publisher wurden ja genauso überrascht. Also eigentlich, Entschuldigung, alle Publisher, alle Entwickler wurden ja genauso überrascht wie wir Spieler und Spielerinnen von der Einstellung von Stadia. Und deswegen gibt es da jetzt auch noch nicht wirklich immer spruchreife Informationen. Aber toll zu wissen, dass sich einige wirklich Gedanken drüber machen und etwas im Plan haben. Wir sehen, das ist nicht bei allen so. Und ganz ehrlich, viele der Spiele waren ja jetzt gar nicht drin im Video. Es gibt also noch eine ganz, ganz große Anzahl an Spielen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn ihr Informationen zu anderen Infos, äh, Informationen zu Infos, wenn ihr Informationen zu anderen Spielen habt, dann postet die doch bitte gleich als Kommentar unter das Video. Und auch wenn ich mit Outcasters geendet habe, sucht euch das Spiel aus, was ihr bei Stadia noch weiterspielen wollt und spielt es. Vielleicht bekommt ihr es ja auch noch fertig. Und da meine ich jetzt nicht, ein Assassin's Creed, da ist es eher unwahrscheinlich, dass er das komplett noch zu Ende spielen wird. Aber so ein Guild zum Beispiel, eigentlich könnte ich das schaffen. Ich müsste mich nur mal dazu hinkrappen. Aber ich spiele derzeit was anderes. Gut Leute, ähm, schade, schade, dass nicht alles gerettet werden kann. Schön, dass ihr heute mit am Start wart. Eine Art, anderes Video, einfach mal so frei von der Leber weg mit ein paar Quellen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Nicht vergessen, lasst ein Like da. Wir sehen uns bald wieder, bis dahin. Ahoi! Ciao! Habt ihr noch Musik von Deichkent und Geek Music? Zwieback!